Voll der Reflex da hinzudrücken, muss ich mir richtig verkneifen. So, ich hab gedreht. Einmal drehen, einmal aufsammeln. Einmal drehen, einmal aufsammeln. Einmal drehen, einmal aufsammeln. Streitet euch drum. Jetzt sind wir bei 800. Ich kann mal hier meine Sonnenblumen abreißen. Wäre jetzt nett, ich kann mal ein paar einsammeln. Eine Walnuss ist immer schick Ich versuche so mal etwa zwischen 700 und 800 zu bleiben Hier eine Walnuss, die schick ist Nein, verdammt Ja, 10 10 entwichen Will ich nicht mehr Aber eine kann ich mir da oben an die Ecke noch reinstellen Weil wir verlieren lange doch Perfekt Nee, die will ich jetzt nicht mehr Wieder eine riesige Welle Und meine Dings sieht jetzt nicht gerade Mega geil aus Puhuhuhu Puhuhuhu Äh Das sind da so viele in der Mitte hier Hammer einfach nur Ja, wenn ich jetzt alle sollen aufsammeln, ist das perfekt Alter Man muss ja echt irgendwann, glaube ich, zusehen, dass man zum Ziel kommt Ja genau, ich wollte gerade sagen, eine Sonnenblume stehe ich mir nach unten hin Okay, das war gerade geil Wenn ich jetzt alle Sonnen aufsammle, sollte das etwa hinhauen Und dass wir keine Sonnen mehr verlieren Im Schnitt So Dipptipptipptippt-dee Nee, die will ich jetzt nicht Leute, so macht man Ähm Ja, natürlich ersetzen Weil die sind ja besser Ich glaube, auch wenn die nur den gleichen Damage machen sollten Okay Ähm, machen die die Zums ja immer noch langsamer Und deshalb Eigentlich reicht ein einer Reihe einer, aber Lexikon öffnen Pflanzen Die machen Schaden normal Die machen Schaden normal und verlangen zu mir Also ist eigentlich egal Aber es sieht cooler aus Walnüsse werden wir wieder schick Perfekt So gefällt mir das Viertausend Ja, 5000 werden ja eigentlich nochmal schick Wenn man von Walnüssen spricht, kommen sie Dich lasse ich mal verkommen Dann kann ich nur Walnüsse auswechseln Dann kann ich die auch einmal auswechseln Jetzt bin ich jetzt schon am Walnüsse auswechseln Ja, es sind aber auch Wellen, die da ankommen Und die ich auch nie da mähe Der Hammer Ich könnte jetzt eigentlich theoretisch hiermit gewinnen Wolle ich gar nicht So Alter, wie die Zombies auch da durchmähen Ich muss jetzt echt aufpassen Nicht, dass ich noch verliere Heizka Heizka Einfach mal hinstellen da Hält ein bisschen auf und macht ein bisschen Damage Oh mein fucking Gott Die Wellen werden echt immer größer Oh mein Gott Sonnen 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 Somnen Sonnen 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 Jetzt ist die Frage Nicht mehr kurbeln und abwarten mit den Sonnen, die runterfallen Oder kurbeln und hoffen Scheiße. Alter, fuck. Haltet sie auf. Ich brauche jetzt einfach eine Ladung Sonnenblumen. Äh, Sonnen, was auch immer. Sonnenblumen oder Sonnen. War das Glück. Also die Welle, die wäre eiskalt durchgegangen. Alter, also das Spiel, das Minigame, das wird richtig hart. Ihr habt gesehen, die haben uns einfach überlaufen. Ähm, ja, hauen wir dazu. 6.340, glaube ich, war das jetzt. Schon viel Geld und jetzt machen wir das Abenteuer weiter. Ich brauche unbedingt die 20.000. Mein Gott. Oder ich will unbedingt die 20.000. Okay, dann kommt hier das Übliche. Ähm, Multi-Sonnenblume, äh, ja, Multi-Sonnenblume. Wenn ihr jetzt sofort wissen wollt, äh, was dieser Ding macht, dieser Baumstumpf, dann schaut etwa mal, ähm, jetzt werde ich angeschrieben. Auf, oh, ich habe die Haken gar nicht mehr. Kann ich hier noch, äh, Level-Neustart? Nee, warte, Hauptmenü. Ich möchte jetzt, äh, die Haken wieder haben. Ich brauche die Haken wieder. So, Hauptmenü. Laden. So, Hauptmenü. Abenteuer. Kann ich auch. So. Zack, 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 zack. Los geht's. Weil, dann kann ich am Anfang gleich immer mehr Sonnenblumen setzen. Es gibt jetzt später auch noch Blumen, die machen Geld. Ähm, ihr wisst, was das bedeutet. Da wird's nur so viele Gelbblumen, wie es geht. Dum, 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 dum. So startet man richtig ein Level. Geil, vier Sonnenblumen und das alles, bevor ich den ersten P-Shotter aufstellen musste. Und jetzt noch eine Sonnenblume. Ich riskiere es, ich bin richtig mutig. Ich werde's bereuen. So, da möchte ich erst mal decken. Ja, alles easy peasy hier, würde ich mal sagen, ne? Voll locker flockig. Das ist ja hier voll einfach. Das ist ja keine Herausforderung für mich. Oh, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Sonnen, Sonnen, Sonnen. Das zwei gleichzeitig kommen, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Sonnenblume setzen, mein Scherz. Da ist und dann da. Ja, hier. Als ob das irgendwie schwierig wäre. Nur weil zwei zumindest gleichzeitig kommen. Das ist ja... Bildpalle, also. Oh, oh. Ja, hier. Das Thema, oh, oh, ich will hier nur Spannung reinbringen. Das wäre ja sonst langweilig. Ja, alles. Noch ganz easy hier. Ja, komm, normale Zombies. Pfff. Ja, was sollen wir schon normale Zombies anhaben hier, ne? Tschüss. Tschüss. Ach ja. Äh, bis jetzt sehr interessant. Ob ich jetzt hier beim Wasser schon welche aufstelle, weiß ich noch nicht. soo. Eine, oh. Zwei Schwimmer werden erstmal weggeholt und jetzt brauche ich hier unbedingt Unterstützung. Das ist jetzt unerwartet. Der springt jetzt nämlich einmal über eins rüber. Und kreizle ich das da. Arschlöcher, ey. Ich werde in Skype angeschrieben. Das gibt's doch gar nicht. So, der kommt wieder weg. Der irritiert mich. Ach, der kommt dann von noch einer oder was? Ach, verarscht. Gegen zwei kommt er nicht an. Komm schon, stirb. Oh mein Gott, diese Delfin-Typen sind nervig. Der ist aber auch nicht tot. Oh mein Gott, hält der viel aus. Okay. Kriegt der erstmal sowas hier ab. Kann ich auch. Was der kann, kann ich auch. Ja klar, noch einer. Die beiden fliegen erstmal vorbei. Schieß, schieß. Oh fucking bitches, ey. Oh mein Gott, wie viel hält der denn aus, Herr Zombie? Fick dich. So, jetzt bin ich richtig auf Kriegsfuß mit diesen Delfin-Typen, weil die nerven mich grad. Aber so richtig. Ja klar, genau da. Dann spring da rüber. Genau. Genau. Ich hab genau null Sonnen. Okay, jetzt hab ich 25 Grad eingesammelt. Ich rede manchmal ein bisschen verspätet. Weil mein Gedanke erst noch oben ankommen muss. Last wave, bitch. Okay. Ja, ihr verreckt sowieso alle. Ja, ich wollte ja eigentlich hier unten hinsetzen. Egal. Ihr verreckt sowieso alle. Also, ich versuche jetzt auch schon ein paar Sonnen hier zu bekommen. Die geben nämlich auch mal ein bisschen Geld noch. Deshalb sterben wir nicht zu schnell da. Moment. So. Den krieg ich noch ein paar mehr Sonnen. Ich wollt grad sagen, ich sitze an One-Shot-Peace-Shot-Ain oder ich mach den erstmal weg. Aber gut, ähm. Jetzt seht ihr nicht von da oben das Geld runter. Kling, kling, kling. Das sind die Sonnen. Oder auch für die Sonnen. Massive Mauer, die nicht übersprungen werden kann. Ja, das hört sich doch schon besser an. So, hier. Gegen die und die. Ich liebe es. Ähm. Menü. Ab Menü. Aber wie es in der nächsten Folge weitergeht. Machen wir wieder ein Minispiel. Oder machen wir ein Abenteuer. Oder setzt das sogar die Aufnahme gerade ran. Und es geht für euch jetzt gleich weiter. Ich weiß es nicht. Aber wir sehen uns nächste Folge wieder. Oder in meiner nächsten Aufnahme. Oder gleich sofort. Weil ich das so schneide, dass für euch keine Pause ist. Oder ich weiß es nicht. Jedenfalls. Bis dann. Ciao.